Seid ihr zusammen? Ja, wir sind zusammen in Berlin. Ja, ein bisschen schön. Seid ihr ein Paar? Ja, wir sind ein paar Meter entfernt vom Brandenburger Tor. Warum haben wir nicht so einen Bogen unten? Aber die Kissen sind einfach so weiße Kissen. Berührt mal eure Lippen. Hä? Unsere Lippen berühren. Das ist nur weird, aber... Und jetzt? Was hast du jetzt gebracht? Komisch.